Zählen ist so einfach wie... Naja, 1, 2, 3. Wir können alle zählen. Wir lernen Zählen oft noch, bevor wir in die Schule gehen. Zählen ist so einfach, dass wir oft vergessen, wie es funktioniert. In diesem Video untersuchen wir das Abzählen und ergründen die Konzepte des Alltäglichen. Wenn wir zählen, dann interessiert uns immer die Antwort auf die Frage nach dem Wie viel? Diese Frage begegnet uns praktisch überall. Aber weil sie so zentral ist, übersehen wir das Abzählen leicht. Trotzdem müssen wir uns mit diesem einfachen Konzept befassen, weil wir beim Programmieren, in der Statistik und in den Data Sciences immer wieder auf diese fundamentale Aufgabe stoßen. Am Anfang des Abzählens steht die Einheit. Bevor wir also zählen können, müssen wir herausfinden, was wir zählen wollen. Dabei stellen wir uns eine Einheit als den Wert 1 vor. Das klingt banal, ist aber oft schwieriger als wir denken. Häufig wird eine Einheit in unseren Daten nämlich nicht als 1 auftauchen. Deshalb müssen wir die Einheit zuerst herausarbeiten. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Den Kontrast zu den zählenbaren Einheiten bildet alles, was wir nicht zählen dürfen. Beim Abzählen werden wir also immer das Zählbare vom Nichtzählbaren abgrenzen. Wenn wir uns eine Zahl für das Nichtzählbare vorstellen müssten, dann kommt uns die 0 in den Sinn. Aber warum gerade die 0? Dazu stellen wir uns vor, dass wir uns merken, wie viele Einheiten wir schon gezählt haben. Bezeichnen wir diesen Wert einfach als a wie Anzahl. Wenn wir nun auf eine Einheit treffen, die wir noch nicht gezählt haben, dann addieren wir 1 zu unserem Wert a. Treffen wir als nächstes auf etwas, das wir nicht zählen möchten, dann können wir auch das als Addition ausdrücken. Diese Addition darf aber den Wert unserer Anzahl a nicht verändern. Im Video zu den mathematischen Basisoperationen weise ich darauf hin, dass wir dazu das neutrale Element der Addition verwenden müssen. Wenn Sie das Video noch nicht gesehen haben, drücken Sie jetzt auf Pause und klicken auf den Link oben rechts. Okay, jetzt wissen wir, dass das neutrale Element der Addition die 0 ist. Wenn wir also Nichtzählbares berücksichtigen, dann addieren wir in diesen Fällen 0 zu unserem Zwischenwert. Bei dieser Strategie behandeln wir das Abzählen als Folge von Additionen zu einem mitgeführten Zwischenergebnis. Dabei entscheiden wir zuerst, ob wir etwas zählen möchten oder nicht. Mit anderen Worten, wir entscheiden, ob wir eine 1 oder eine 0 zu unserem Zwischenstand addieren müssen. Erst nach dieser Entscheidung führen wir die eigentliche Addition durch. Wenn wir das Abzählen als Folge betrachten, dann setzen wir immer ein vorangehendes Zwischenergebnis voraus. Am Anfang wird dieses Zwischenergebnis oft eine 0 sein. Diesen Wert bezeichnen wir als Startwert. Gelegentlich werden Sie aber auch Startwerte aus anderen Quellen übernehmen und mit denen anfangen. Abzählen als eine Folge vieler kleiner Additionen zu organisieren, ist aber nur eine Möglichkeit des Zählens. In der Literatur wird das Abzählen selten als Folge beschrieben, sondern viel öfter als Summe. Die Summe bietet sich vor allem dann an, wenn uns alle Elemente vorliegen und wir für jedes Element entscheiden können, ob wir es zählen möchten oder nicht. Auch hier weisen wir den zu zählenden Elementen die 1 und allen anderen die 0 zu. Im zweiten Schritt bilden wir die Summe über diese Nullen und Einsen. Das Ergebnis dieser Summenoperation ist nichts anderes als die Anzahl der Einsen in dieser Liste. Ein besonders schönes Beispiel für ein als Summe getarntes Abzählen finden wir in einem Artikel von Diegel et al., der 2018 im Journal Molecular Biology publiziert wurde. Dort machen die Autoren die Annahme, dass man Gensequenzen von Spezies in verschiedenen Stichproben in unterschiedlicher Anzahl findet. Daraus kann man die Biodiversität ableiten. Um die Diversität abschätzen zu können, schlagen die Autoren vor, dass man für jede in einer Stichprobe gefundene Spezies den Wert 1 einträgt und für die nicht gefundenen Spezies den Wert 0. Danach bildet man die Summe über die Spezies in einer Stichprobe und teilt das Ergebnis durch die Summe aller gefundenen Spezies über alle Stichproben. Die Formel der Autoren lautet P-O-O-I ist gleich die Summe von K gleich 1 bis S über I-I-K geteilt durch die Summe von J gleich 1 bis T über die Summe von K gleich 1 bis S über I-J-K. I-I-K sowie I-J-K liegen jeweils im Wertebereich 0 oder 1, wobei I gleich 1 immer genau dann gilt, wenn eine Spezies in der jeweiligen Stichprobe gefunden wurde. S gilt I gleich 0. S steht für die Anzahl der Stichproben und T steht für die Anzahl der Spezies. An der Definition für den Wertebereich von I erkennen Sie sofort, dass wir es hier mit Abzählstrategien zu tun haben, wobei wir in diesem Fall zweimal zählen müssen. Einmal zählen wir nur das Vorkommen einer Spezies in den Stichproben und einmal zählen wir alle Spezies über alle Stichproben. Die Autoren drücken also recht kompliziert aus, dass wir die Spezies in den Stichproben zählen und dann die ermittelten Werte in Bezug zur Gesamtzahl aller gefundenen Spezies stellen. Betrachten wir nun eine konkrete Untersuchung mit mehreren Stichproben, bei der wir diesen Diversitätsindex POOI in Excel anwenden. Unsere Stichprobe hat drei Spalten und 300 Datensätze. Die erste Spalte enthält den Namen der Spezies. Die zweite Spalte enthält den Namen der jeweiligen Stichprobe. Die dritte Spalte enthält die Anzahl der in der Stichprobe gefundenen Gensequenzen der jeweiligen Spezies. Unsere Einheit ist aber nicht die Anzahl der Gensequenzen, sondern die Spezies, zu der diese Sequenzen gehören. Wir fügen daher eine vierte Spalte ein. In der Literatur wird der Wert I genannt, also nennen wir diese Spalte genau so. Unter der Überschrift tragen wir in der Zelle D2 die Formel ist gleich, wenn Klammer auf C2 Doppelpunkt Das machen wir, weil wir die gefundenen Sequenzen auf eine 1 reduzieren möchten und alle anderen Werte bei 0 belassen wollen. Damit haben wir unsere zählbaren Einheiten festgelegt. Nun kommen wir zum eigentlichen Zählen. Als erstes ermitteln wir das Ergebnis des Summenterms im Nenner der Formel. Die recht kompliziert anmutende Summe bedeutet nichts anderes, als dass wir alle gefundenen Spezies in allen Stichproben zählen sollen. Wir müssen also alle Einheiten zählen, wobei eine Einheit immer eine Spezies in einer Stichprobe ist. Wir erstellen also eine neue Spalte mit der Überschrift Summe von T, S. Wir zählen die Anzahl der gefundenen Spezies mit der Formel ist gleich Summe von D Doppelpunkt D. Das Ergebnis ist in diesem Fall 83. Der Zähler der Formel erwartet für jede Spezies die Anzahl der Stichproben, in denen die Spezies gefunden wurde. Wir wollen also die Zeilen zählen, in denen in Spalte A der Name der Spezies steht und in Spalte D einer 1. Dazu brauchen wir zuerst die Namen der unterschiedlichen Spezies in unseren Daten. Diese ermitteln wir mit der Formel ist gleich eindeutig, Klammer auf, A2 Doppelpunkt, A301. Nun zählen wir für jede Spezies die Stichproben, in denen sie gefunden wurde. Dazu verwenden wir die Formel ist gleich Summe, Klammer auf, I2 Raute, Sternchen, Klammer auf, Klammer Affe, H2 Raute, ist gleich A2 Doppelpunkt, A301, Klammer zu, Klammer zu. Beachten Sie, dass wir alle Adressen fixiert haben. Der komplizierte Teil der Formel ist der Term in der Klammer. Klammer Affe, H2 Raute, ist gleich A2 Doppelpunkt, A301. Dieser Term erzeugt immer dann eine 1, wenn der Name der gesuchten Spezies in der Spalte H und der Spalte A übereinstimmt. Den Klammer Affen brauchen wir übrigens, um die aktuelle Zeile aus dem Bereich H2 Raute auszuwählen. Anschließend können wir den Wert für POOI mit der folgenden Formel berechnen, ist gleich I2 geteilt durch $F$2. Anschließend füllen wir die beiden Formeln für alle Spezies auf und erhalten unsere Indizes. Wir kontrollieren, ob wir richtig gezählt haben, indem wir die Indizes summieren. Gemäß der Literatur muss diese Summe 1 ergeben. Und genau das ist auch unser Ergebnis. Fassen wir zusammen. Abzählen ist eine sehr wichtige Technik. Zum Zählen müssen wir zuerst die zu zählenden Einheiten bestimmen. Diese Einheiten können wir mit Summen oder mit Additionsfolgen zählen. Wir zählen mit Folgen, wenn wir Zwischenergebnisse benötigen. Wir zählen durch Summbildung, wenn uns alle Werte vorliegen und uns nur das Gesamtergebnis interessiert. Wir haben gesehen, dass sich das einfache Abzählen in kompliziert aussehenden Formeln verstecken kann. In Zukunft wird das für Sie aber kein Problem mehr sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in der Bibel-Gespréhensivze zuerst die Literatur. In dieser Phase, der auch hiermit ihr in der Bibel-Gespréhensivze und in der Bibel-Gespréhensivze in der Bibel-Gespréhensivze in der Bibel-Gespréhensivze Vielen Dank.